guten abend zum wolfsgrund mit der schönen aussicht und dem schönen sonnenuntergang und ist was noch schön ist es grünt so grün wenn alle wiesen glühen noch nicht an allen stellen aber immerhin fangt die wiese zum wachsen an ich freue mich so dass das zeige ich euch heute noch und ich bin jetzt gerade am gießen für den heutigen abend jetzt kommt der spritze zu mir auch hier gibt es schon vereinzelt verdächtige grüne flecken das ist zu auffassen aber ich freue mich so über die wiesen dass meine damalte steht ja also ihr schaut da wird gott gespritzt und deine oder andere grüne flecken wie sie jetzt ja das heißt es wird wahrscheinlich doch grün werden zutage in diesem sinne bis die tage euer nasser jürgen